Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Lumencraft. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. So, aktuell, wir bestreiten gleich Level 4. Ich habe jetzt folgendes gemacht, meine Lieben, und zwar, ich habe mir hier ein paar Boosts geholt. Ich habe jetzt auf Geschwindigkeit auf 10% abgegradet. Bei der Gesundheit sind wir jetzt aktuell bei 110 Lebenspunkten. Rucksack ist noch gleich geblieben. Ausdauer habe ich mir hier nochmal 20 Punkte draufgepackt. Und mich hat eine Sache gestört. Wenn wir Tab drücken, um dann entsprechend durch unser Inventar zu scrollen, will ich diese ganzen Einblendungen nicht haben, weil die mir zu viel von dem Geschehnissen über Lappen überdecken. Die könnt ihr ganz einfach deaktivieren über Optionen, Spieloptionen, Tooltips steuern macht ihr aus. Und dann können wir hier ganz normal unser Inventar einblenden und haben hier nicht den ganzen überlappenden Text. Genau. So. Wir gehen in Level 4. Und schauen mal, was wir für Belohnungen uns verdienen können. Entweder wir gehen runter. Mauer würden wir bekommen. Shredder würden wir bekommen. Na ja, Shredder macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil den Shredder benutzen wir eigentlich bloß, wenn wir Lumenklumpen haben. Aber das wäre ja unser Primärziel. Aber ich werde jetzt trotzdem hier erst diese Ebene machen und dann gehen wir eine Ebene tiefer. Deshalb schnallt euch an! Es geht los mit Lumencraft. Viel Spaß! So, wir haben kein Zeitlimit. Hole die gepanzerte Kiste. Okay, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen abfarmen. Also, ohne Schwan, das sieht vielleicht so uninteressant aus, nenne ich es mal. Aber dieses Abtragen von Gestein mit dem Bohrer macht unfassbar viel Spaß. Vor allem weil diese ganzen Partikel halt hier so... Ach, es ist einfach schön. Es macht Spaß! So, das Metall holen wir uns auch gleich. Ich hoffe einfach mal inständig, dass jetzt hier kein Gegner lauert. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen mehr Grundressourcen erfarmen. So, das lasse ich nochmal. Das bauen wir hier noch ab. Ah, sag ich doch. Hier haben wir schon die ersten Bugs. So. Aktuell weiß ich noch nicht so ganz, ähm... Was das hier bedeutet. Bedeutet das, wir haben drei Leben? Wenn da eine drei drinsteht, eigentlich schon. Also würde das bedeuten, wir haben drei Leben. Okay. Also, ich nehme es jetzt einfach mal so an. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Wie wir das aktivieren können. Ob das... Leertaste explodieren. Nein, wahrscheinlich bedeutet das, dass wir das manuell zünden müssen. Wir werden sicherlich das irgendwann benutzen müssen. Dann sind wir etwas schlauer. Oh, habe ich eine Waffe? Oh, ich habe keine Waffe. Oh nein. Oh nein. Tja, vielleicht sollten wir es jetzt schon ausprobieren. Oh, lass mich in Ruhe. Ich... Oh, nee, warte mal. Wir haben... Oh, oh, oh. Ah! Hier. Nein, nimm es halt einfach. Komm her. Bäm. Haben sie es schon ein bisschen kaputt gemacht. Die... Die Schweine, die... Nee, die Käfer, die... Was auch immer. Kommt schon wieder der Nächste. Meine Fresse. Okay, aber die kriegen hier Damage. Meine Fresse. Blutsch. So, also der Westen ist nicht gut. Bleiben wir mal hier. Hallo. Geh da mal durch. Kommen wir da nicht durch? Ach, ach, das ist ein anderes Gestein. Stimmt. So, wir haben da eine... Ah, da haben wir einen Schredder. Da haben wir einen Energieknoten. Das heißt, wir müssen hier einen Knoten... ...bauen. Der nimmt dann den mit. Warte mal, dann gehe ich vielleicht hier hin. Oder hier hin. Ja, ist eigentlich ziemlich wurscht. Ich gehe jetzt hier hin. Was ich echt cool finde bei dem Spiel, dass wir nicht jedes Mal ein Zeitlimit haben. Das finde ich sehr entspannend, dass man auch erstmal alles kennenlernt und die Basis aufbaut. So, Schredder ist mit Strom versorgt. Wir haben allerdings jetzt keine Lumpenklumpen. Keine Lumpenklumpen. Wo ist die Wäscherei? Nein. Keine Lumenklumpen. Mann. Lumpenklumpen. Ist auch nicht schlecht, oder? So, wir haben 56. Wir machen mal diese Dicken hier weg. Was ich noch nicht so ganz verstehe, wir hatten ja in einem Level, hatten wir doch wie so eine Art Erzvorkommen, wo wir dann eine Abbaustation errichten konnten. Das scheint auch immer nur dann zu funktionieren, wenn wir so ein größeres Erzvorkommen vor Ort haben. Ach nee, da wollten wir ja nicht lang gehen. So, wir gucken mal, was wir bauen könnten. Leuchtturm. Ja, das ist, glaube ich, jetzt wirklich mal sinnvoll, dass wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen. Inwieweit uns das Licht hilft. Mann! Inwieweit uns das Licht hilft. Oh Gott. Ähm, ja. Das probieren wir jetzt hier mal aus. Da sind die Gegner. Ah! Ach, da kann ich es nur machen. Ah, geh weg! Ah! Ui, da kann ich sogar damit auch aufbrechen. Okay, wir können... Okay, da müssen wir... Ei, 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 ei. Ah, voll daneben. Wir müssen, glaube ich, erst ein paar Energieknoten und ich werde die ein bisschen ins Gestein, in die Felswand reinschlagen, dass die nicht offen liegen. Keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht ist, aber ich werde es trotzdem machen. Deshalb werden wir da einfach mal... Wir wissen, bis hierhin ist so die Energieversorgung abgedeckt. Dann werden wir jetzt mal hier einplatzieren. Warte mal, das kann ich eigentlich auch so machen. Kommt schon wieder der Nächste. So. B. All right, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ach so, ich muss hier erst einplatzieren. Okay, dann machen wir... Machen wir... Moment, dann machen wir das anders. Mache ich... Machen wir hier einen hin. Ah ja. Ach, warte mal. Wir können uns ja orientieren, wie weit das... Wir können uns ja informieren, orientieren, wie weit das geht. Hier geht es ja deutlich weiter. Aber wieso geht es denn da noch nicht so weit? Ach, wegen dem Punkt hier. Okay, dann legen wir den jetzt hier hin. Und den Nächsten. Ah, können wir nicht. Mist. So. Falls wir einen bauen wollen... Ah, schade. Das zeigt uns jetzt nicht an. Okay. Basis unter Beschuss. Wo? Irgendwo. Basis unter Beschuss. Oh, shit. Oh, shit. Immer noch. Das ist schlecht. Oh, die ist fast kaputt. Oh Gott, oh Gott. Ich brauche unbedingt Verteidigungs... Was hätten wir denn hier? 67... 60... 60 Metall. Wo haben wir denn hier Metall? Hier, meine Metall. Ganz viel. Mit. Lüftig. 58. Wie viel haben wir? Der zeigt einem... Ach, da oben. Ah, wir haben genügend. Okay, dann werden wir jetzt hier mal ein Geschütz positionieren. Ah, und der blaue Kreis zeigt an, die maximale Reichweite. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir setzen das mal... Ah, hier dürfen wir nicht. Ah, okay, dann setzen wir das hier hin. Oh, es kommt schon. Da kommt schon, Dicker. So, jetzt leiste mir Dienste. Los. Sehr gut. Sehr gut. Ja, hier gehen wir jetzt. conviction. Das Niedsintrin. Das Niedsintrin steht, dass das Fl кожel nein einzig oder so schari presente. Das Niedsort ist auch Jeg souvent 于 wissen was Gegner, glaube ich. Also einmal so eine Speer, so ein, so ein, so ein, das ist ja Wahnsinn, was das an Ausdauer schluckt. Ist ja brutal. Lasst es in Ruhe. So, irre. Wir müssen definitiv hier schneller abbauen. Okay, wir brauchen für alle Gebäudeeinrichtungen brauchen wir Metall. Ne, stimmt nicht. Wir brauchen für, ja, Spezialbergarbeiter, Zentrum, okay, da brauchen wir Lumen. Und hier ist es aber wieder nur Metall. Alles klar. Dann, auf zum Mitfallen. Okay. Okay. Ach du Schande. Was ist denn hier überall los? Mann, da will ich nicht lang. Eine nur. Müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen jetzt endlich mal was mit dem Licht machen. Also, wo greifen die immer an? Wir setzen jetzt mal, oh Gott, ist fast kaputt. Wir setzen jetzt hier so ein Ding hin. Wie rum? Keine Ahnung. Ich denke mal so, oder? Schauen wir mal, ob es funktioniert. Okay, und das bringt jetzt was. Hui. Das ist ja richtig hell. Cool. Kiste. Ui, das war eine Reparaturpistole. Das ist sehr gut. Dann können wir den Schredder reparieren. Wo ist sie denn jetzt? Hier. Das passt noch. Ne, was nimmt der für Ressourcen? Ah, nur Energie von der... ...von der Reparaturpistole. Ich schaue zum Kern aus. Okay, und das war's schon wieder. Okay. Das war das. Okay, da haben wir Lava. Lava, Metall. Da komme ich nicht durch. Lava ist... Okay, da gehen wir nicht zu nah hin. Lava, Metall. 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 Auto speichern aus. Lava, Metall. Lava, Metall. Lava, Metall. Lava, Metall. Okay, weiter kommen wir nicht. Okay, weiter kommen wir nicht. Kommen wir auch nicht weiter. Warte mal, ist das sinnvoll, wenn ich da... Obwohl, wir wollen ja gucken, was mit dem Licht passiert. Wir wollen jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir hier den Zugang freilegen mit dem Licht. Ob das mehr als nur Helligkeit spendet. Kommt mal her. Ah, nix ist hier mit Licht. Licht ist Licht, mehr nicht. So, was haben wir hier Schönes? Versorge den Schredder mit Strom und verwende ihn, um die Kiste zu schreddern. Ah, können wir Kisten auch schreddern? Ist ja interessant. So, wir nehmen uns noch zum Teil noch mit. So, kurz gucken. So, Kiste auswählen. F. Ui. An Flammenwerfer. Alter, ist das geil. Gucken. Ui. Wie ist es mit der Muni? Ah, okay. Alles klar, Flammenwerfer. Cool. Okay. So, wir werden jetzt erst noch mal ein bisschen abbauen. Ich speichere jetzt mal. Ähm. Neuer Slot. Machen wir Level 4. Level 4.1. Ungültiger Slot-Name. Na ja. Dann haben wir ja wieder was rausgefunden. Okay, dann machen wir halt. Level 4. Ah. Das geht. Das geht. So. Basis unter Beschuss. Wo ist mein Flammenwerfer? Ja. Wo denn? Ah, da hinten. Wo kam der her? Wir brauchen hier Geschütze. Haben wir ein bisschen was? Haben wir nicht. Schlecht. Schlecht, schlecht. Was ist der denn jetzt hier? Ist der denn ausgerüstet? Können wir das irgendwie anders machen? Da unten. Wie können wir... Da muss ich mir irgendwann mal die Steuerung angucken. Wie ich das irgendwie ändern kann. Oh. Enke. Boss Gegner. Kleiner Boss Gegner. Weiß ich auch, warum da immer so viel gekommen sind. So. Ruh im Schuh. Wee. Das war ganz viel Metall. Wow. Oha. Wollen wir nicht welche? So, Metall ist voll. Dann können wir erstmal hier ein paar Geschütze bauen. Dass es mal so ein bisschen sicherer ist hier. Ein paar Geschütze, genau eins. Okay. Vorrat voll. Wie weit kommen wir da? Ich müsste ja hier nochmal lang. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, es ist nur ein Leuchtturm, er hat sonst keine Bewandtnis Brauchen wir Basis unter Beschuss Mein Gott Wo denn? Na hier Hallo Oh 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 Ach, da ist wieder so ein Viech Oh 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 Ei, ei, ei Alter, was denn hier los? Das ist ja cool Halt ab Was ist denn hier los? Ein ganzes Nest hier Irre Oh Er ist ein Riesentiech hier Ja Ja, endlich Das ist es. Jetzt haben wir die andere Kiste gar nicht gelootet. Cool. So, nach und nach werden hier Dinge freigeschaltet auf unserer Hauptbasis. Meine Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Folge 4. Der Flammenwerfer ist ja mal richtig cool. So, wir werden folgendes jetzt machen. Dieses Video endet jetzt gleich. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, dass wir uns den Bohrer ausbauen. Der arbeitet mir zu langsam. Mal gucken, ob wir das schon können. Haben wir jetzt eigentlich... Ah, nee. Okay, wir haben jetzt auch keine Materialien, keine Mets mehr. Wo können wir den Bohrer aufwerten? Hier. Oder? Nee. Blödsinn. Das schaut immer wie ein Bohrkopf aus. Aber das ist aber schmarrn. Wo können wir den Bohrer aufwerten? Das ging doch irgendwo, meine ich. Ui, was ist denn das? Das sind neue Symbole. Zweite Hilfe. Produktionsgeschwindigkeit. Ui, das ist gut. Verdoppelt die Geschwindigkeit beim Herstellen und Verbessern von Gegenständen, Waffen und Werkzeugen. Das haben wir schon. Das kennen wir schon. Widerstandsfähigkeit der Tore kennen wir auch. Lagerkapazität um 400 Euro. Wow. So, wir brauchen aber irgendwie, irgendwo, irgendwann, wir brauchen ein Upgrade für unseren Burban. Wo ist das? Könnte ja dieses Symbol sein, aber wir haben es noch nicht. Wir haben es noch nicht. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich. Entschuldigung. So. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay. Nee, hier können wir, könnten wir jetzt hier, kann hier nicht verwendet werden. Metall speichern. Ja, wir haben ja auch keins. Kann ich das abheben? Nee, kann ich nicht. Okay. Egal. So. Alright. Das war Folge 4. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich freue mich auf euch, auf die nächste Folge. Folge 5. Geht gleich los. In wenigen Sekunden. Bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao. Ciao.